Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Rienbacher, Mr. T aus Karlsruhe. Heute habe ich für euch folgendes. Achtung, passt mal auf. Seht ihr das? Also wenn ich den Bauch richtig rausstrecke, dann sieht das aus wie ein aufgeblähter Bauch. Genau das ist heute das Thema. Der aufgeblähter Bauch und dafür gibt es tolle Wundermittel. Da gibt es so einige Influencer und die machen damit mega Umsätze. Das ist gut, die Wirtschaft muss funktionieren. Nichtsdestotrotz sollte man hier aufklären, dass das, was da so erzählt wird, nicht korrekt ist und zwar aus einem einfachen Grund. Es gibt da Influencer, die sind super, super dünn. Das hat also mit normalgewichtig fast nichts mehr zu tun. Die sind super dünn. Ich würde schon sagen, das ist schon grenzwertig, wie schlank die sind. Weiblich. Okay und da wird ein Bild gemacht, wie diese weibliche, extrem schlanke Person schon einen vorgewölbten Bauch hat. Und danach gibt es einen Pitch zum Thema. Das kann man ganz einfach beheben, indem man ein paar Pillchen, Pülferchen schluckt und somit natürlich das ganze Thema gegessen ist. Der Darm ist wieder ganz flach, der Bauch ist wieder ganz flach und wir sehen wieder ganz sexy aus. So, genau das ist das, was so nicht richtig ist. Erstmal ist das Bild gefakt. Der Bauch wurde richtig rausgeschickt. Kann ich auch den Bauch rausstrecken, vor allem abends oder im späten Nachmittag, gegen Abend, wenn man den ganzen Tag schon was gegessen hat, ist bei schlanken Menschen so, dass natürlich der Bauch sich vorwirft. Warum? Weil dahinter ist natürlich der Darm und im Darm befindet sich das, was man gegessen hat. Und somit ist bei schlanken Menschen es eh mehr oder weniger normal, dass da ein kleines Bäuchlein rausguckt. So, das ist schon mal die Nummer eins. Also ist es völlig normal. Bei ganz schlanken Menschen sieht man das natürlich eindeutig. Warum? Weil sie halt in der Regel einen ganz flachen Bauch haben, durch das, dass sie zum Teil sehr schlank sind, zum Teil sogar unterhalb des Ausdrucks schlank sind. Ich möchte jetzt nicht magersüchtig sagen, aber tendenziell ist es fast schon grenzwertig. So, in dem Moment, wo natürlich jemand, der etwas kräftiger ist, wenn der abends in den Spiegel guckt und er hat eh schon einen leichten Bauch oder einen Fettansatz am Bauch, sieht man das natürlich nicht. Aber bei sehr schlanken Menschen sieht man das sofort, dass sie was gegessen haben und entsprechend dessen ist das eine kleine Vorwürbung. Und jetzt ganz einfach zu sagen, naja, jetzt baller ich mir halt ein paar Stöpfchen rein, ein paar Kräuterchen rein und dann ist alles gut. Das ist Unsinn. Denn erstens mal ist es schon völlig normal, dass wenn man was gegessen hat, auch ballaststoffreich gegessen hat, dass natürlich hier im Darm der Darm etwas dicker ist, angeschwollen ist, weil da drin wird gerade das, was gegessen wurde, verstoffwechselt. Somit ist es völlig normal, dass er leicht vorguckt. Wenn man dann auf der Toilette war, ist es ja meistens wieder weg. So, deswegen, wann, also eine Warenansage von mir, ey, glaubt nicht immer alles, was da erzählt wird. Denn wenn man erstens mal gegessen hat, ist es normal, Nummer eins. Nummer zwei, was passieren kann, ist, dass Menschen ab dem Frühstück den ganzen Tag einen vorgewölten Bauch haben und natürlich auch ein aufgeblähtes Gefühl. Und jetzt ist doch die Frage, was ist die Ursache des aufgeblähten Gefühls? Also einmal gibt es diejenigen, die sowieso so eine Vorwirkung haben, weil da was drin ist. Die lassen wir jetzt mal außen vor. Die haben da an diesen Präparaten eh nichts zu suchen. Aber dann gibt es auch die Leute, die haben einen vorgewölkten Bauch und haben auch ein sehr aufgeblähtes Gefühl. Warum? Weil der Darm sich unwohl fühlt. Warum? Weil der Verstoffwechslungstrakt eben nicht in Ordnung ist. Und da ist die Frage, was ist da die Ursache dessen, dass es sich so anfühlt? Und was ist die Ursache, dass hier der Bauch so stark vorgewölbt ist? Das andere, was angeboten wird, ist nichts anderes, als eine Symptombehandlung, die bei vielen Menschen auch so gar nicht funktioniert. Jetzt ist doch die Frage, was ist die Ursache dessen, dass hier der Bauch so weit vorgewölbt ist? Die Ursache ist ganz oft, dass viele Dinge gegessen werden, die für unseren Darm und für unsere Darmflora überhaupt nicht gesund sind. Denn ganz oft sind in dem Essen Stoffe drin, die so in der Natur nicht vorkommen. Dann gibt es Menschen, die haben auch noch ein bisschen Probleme mit dem Verstoffwechseln von Milch, haben vielleicht morgens eine etwas zu große Milcheinheit gegessen in Form von Joghurt oder von Quark zum Beispiel. Oder sie haben ganz einfach einen Darm, der enzymatisch nicht mehr in der Lage ist, das, was gegessen wird, vollständig zu verdauen. Warum? Weil die Darmflora bei diesen Menschen sozusagen zerstört ist. Macht es dann Sinn, weiterhin sich so zu ernähren? Denn die Ernährungsweise hat dazu geführt, dass es genauso aussieht. Macht das wirklich Sinn? Deswegen, es macht keinen Sinn, sondern Sinn macht, sich erstmal zu überlegen, warum habe ich dieses aufgewählte Gefühl? An was könnte das liegen? Liegt das daran, dass ich vielleicht Dinge esse, die überhaupt nicht gesund sind für mich, also nicht artgerecht, wo als Inhaltsstoffe E-Stoffe drin sind, Stabilisatoren, Geschmacksverstärker, zig verschiedene Fremdstoffe, die so in der Natur überhaupt nicht vorkommen und darauf reagiert unser Darm mit einem Signal, aufgebläht, vielleicht auch sogar entzündet und sagt uns, hey, du isst da was, was mir nicht passt. Hey, du isst da was, was ich nicht vertrage. Also hör auf, mit dem zu essen. Somit wäre es erstmal wichtig, sich Gedanken zu machen, ist das, was man überhaupt da isst, soweit man ist gesund und artgerecht? Ist es auch bedarfsgerecht? Hat man vielleicht Probleme mit einem ballaststoffreichen Essen? Warum hat man das Problem mit einem ballaststoffreichen Essen, dass der Darm eben nicht in der Lage ist, seine Arbeit zu verrichten? Dass es sehr lange dauert, bis der Darm wieder abschwillt. Was ist da für der Hintergrund? Und das ist spannend. Denn in der Regel sollte man immer erst einmal eine Ursachen, wie nennt man es am besten, Ursachenfindung, ja, erstmal nach der Ursache überhaupt suchen. Was könnte das überhaupt sein? Und nicht direkt reingehen, oh ja, gut, okay, jetzt immer ein Pillchen, immer ein Pülfchen, wird schon irgendwie funktionieren. Denn bei den meisten Menschen funktioniert das überhaupt nicht. Der Bauch bleibt weiterhin aufgebläht, ist vielleicht vorübergehend ganz kurz nicht aufgebläht und viele Menschen bekommen durch diese Präparate auch Durchfall. Und ist Durchfall wirklich gut? Was ist Durchfall überhaupt von Zeichen? Seht ihr? Wenn man da mal reingeht in das Thema und sich mal genau Gedanken drüber macht, dann stellt man fest, dass hier ganz oft immer wieder den Weg des geringsten Widerstandssuches. Natürlich wissen die das draußen, die wo Marketing betreiben, die wo Werbung betreiben, die Influencer wissen das ganz genau, wobei die Influencer mir manchmal nicht sicher sind, ob die es wirklich wissen oder ob sie es einfach nur aufgetragen bekommen und von lauter Blindheit, dass es da was zu verdienen gibt, komplett vergessen, dass man immer erst einmal an der Ursache sucht und danach Ursachenbekämpfung in Kombination mit Symptombehandlung, dass man dann sagt, okay, ich ernähre mich ab sofort viel gesünder, ich achte darauf, dass ich genügend trinke, ich achte darauf, dass ich nicht mehr so viel Fast Food esse, ich achte darauf, dass ich nicht zu viel Alkohol trinke, ich achte darauf, dass ich nicht zu viel Kaffee trinke und ich achte darauf, dass ich meinen Weizenkonsum reduziere und wenn man das alles berücksichtigt und eventuell dann was nutzt, um die Verdauung zu unterstützen, weil über Jahre hinweg der Darm misshandelt wurde und der Darm gar nicht mehr in der Lage ist, diese ganzen Nährstoffe, auch die Gesunden, die da kommen, sauber zu verstoffwechseln, das zu tun, das ist richtig und genau das ist der Ansatz, aber leider wird die in diesen, ja, Werbeanzeigen überhaupt nichts davon erwähnt, 0,0 nada, es geht immer nur darum, hier ist ein Präparat, kauf das und dein Bauch ist flach und du siehst sexy aus und das stimmt nicht, das ist so nicht richtig, denn die Ursache, dass die ungesunde Ernährung, die ist ja überhaupt nicht behoben, es wird weiterhin Fast Food gegessen, es wird weiterhin viel zu viel Weizen gegessen, es wird weiterhin zu viel Alkohol gedrucken, weiter zu viel Süßstoffe reingeballert, zu viel Konservierungsstoffe, zu viel Stoffe, die in der Natur nicht vorkommen, also wird sich die Ursache nicht beheben, also spekuliert man natürlich auch darauf, dass diejenigen, die es tun, wenn sie dann einen flachen Bauch haben, weil sie durch diese Sachen, die Inhaltsstoffe im Darm schnell ausscheiden, dass sie einen flachen Bauch haben, die sich dann in der Hand, dann mache ich das immer und genau das ist nicht der richtige Gang, das ist nicht der richtige Weg, denn diese Stoffe, die teilweise verabreicht werden, führen dazu, dass der Verstoffwechslungsprozess im Darm gar nicht zu Ende geführt wird, sondern dass frühzeitig diese Dinge, die im Darm sind, ausgeschieden wird, dass der Darm gar nicht die Zeit hat, sich die Nährstoffe, die gesunden Nährstoffe rauszuziehen, wenn denn sich überhaupt gesund ernährt wird. Und deswegen, Bräune da draußen, lasst euch bitte nicht immer an der Nase herumführen und achtet darauf, dass ihr Folgendes berücksichtigt. Und zwar immer dann, wenn ihr was erklärt kriegt, dass irgendwas relativ schnell und gut und einfach funktioniert und ihr dadurch einen Zustand erreicht, einen Wunschzustand, wo ihr euch extrem danach sehnt, wenn da eine Werbung darüber gemacht wird, dass es ganz easy ist, ganz einfach ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal ganz groß, dass das, was da erzählt wird, definitiv nicht dafür da ist, dass diese Menschen gesünder werden, sondern es ist dafür da, dass Wünsche erfüllt werden. Und zwar Wünsche des geringsten Widerstandes. Meine Empfehlung, Freunde da draußen, wenn ihr dieses Problem habt, wenn ihr schlank seid und ihr seht im Spiel, dass der Bauch extrem vorgewöhnlich ist, wenn ihr dann innerlich so einen Druckgefühl habt auf dem Darm, dann kann ich euch empfehlen, macht euch Gedanken darüber, wie ernährt ihr euch. Ernährt ihr euch tatsächlich, soweit möglich, art- und bedarfsgerecht? Artgerecht heißt, dass das, was ihr dazu führt, passt das überhaupt zum menschlichen Wesen? Wenn ihr das, was ihr esst, mal umdreht oder wenn ihr da, wo ihr hingeht, einmal anfordert, auch im Fastfood-Laden, euch das mal anzugucken, was ihr da esst, die Inhaltsstoffe, dann werdet ihr meistens feststellen, wow, diese Namen, die da stehen, die kann ich überhaupt nicht lesen, geschweige denn, was ich weiß, was diese Namen überhaupt bedeuten. Wenn ihr was kauft, fertig kauft, abgepackt kauft und ihr schaut euch mal die Inhaltsangabe an und da sind viele Stoffe drauf, die ihr nicht kennt, Namen, die ihr nicht aussprechen könnt, dann ist auch wieder die Wahrscheinlichkeit super groß, dass diese Dinge in der Natur so nicht vorkommen. Wenn sie in der Natur so nicht vorkommen, dann sind sie definitiv nicht artgerecht. Wenn ihr dann einmal diese Perspektive gewechselt habt und sagt, okay, ich gehe mal in die Ursache rein, ich esse mal anders, ich lasse Fastfood so weit wie möglich weg, ich reduziere Süßigkeiten und Zucker so weit wie möglich, Alkohol so weit wie möglich, die ganzen Light-Getränke komplett mal so weit wie möglich runterfahren, Zucker zurückfahren, Weizen zurückfahren. Dann werdet ihr feststellen, nach ein paar Wochen wird auf einmal dieses vorgewölbte Bäuchlein immer flacher, immer flacher auf ganz natürliche Weise und der Darm fängt wieder an, seine normale Arbeit zu verrichten, für das er auch ausgelegt ist. Natürlich darf man nicht erwarten, dass wenn man jahrelang Schindluder betrieben und jahrelang den Darm misshandelt hat mit Fremdstoffen, dass er innerhalb von ein paar Tagen schwuppdiwupp, das Ganze wieder weg ist. Das kann man und darf man nicht erwarten. Da solltet ihr auch ein bisschen Geduld haben, damit der Darm sich wieder regeneriert. Und es gibt ganz viele Naturstoffe, die dabei helfen, Sauerkraut zum Beispiel, Wirsing zum Beispiel, dann auch die gesunde Ernährung. Wenn man sich gesund ernährt, ballaststoffreich ernährt, natürlich ernährt, wird der Darm im Laufe der Zeit sich wieder so regenerieren, dass man auf diese Verdauungsunterstützenden, ja, Verdauungsunterstützenden kann man es wirklich so sagen, ja, zum Teil ja, aber zum Teil auch, wie gesagt, führt es zur Darmirritation, dass man sowas überhaupt nicht benötigt. Und somit spart ihr einmal Geld, zweitens sorgt ihr für eine maximale Darngesundheit und wenn ihr euch mal damit beschäftigt und auch mal in die Medizin geht, wenn ihr nach Asien geht und mal guckt, die Leute haben sich ja mit diesem Thema extrem lange und intensiv beschäftigt, werdet ihr feststellen, okay, der Darm ist tatsächlich die Zentrale unserer Gesundheit. Warum? Weil alles, was wir hier oben reinschieben, was wichtig für unseren Körper ist, muss ja durch den Darm durch. Und wenn die Darmflora hervorragend funktioniert, kommen auch die gesunden Sachen, gesunden Sachen, die hier oben reinstecken, kommen natürlich auch in den Zellen gesund an. Dann haben wir natürlich über Jahre hinweg einen sehr schlechten Darm, der schlecht behandelt wurde, misshandelt wurde, da im Darm zu wenig oder eine zu geringe Darmflora ist, die gesund ist. Na, was passiert dann letztendlich mit den sogar gesunden Sachen, die wir oben reinschieben? Die kommen tatsächlich nicht an, weil der Darm sie nicht richtig verstoffwechseln kann. Deswegen könnt ihr euren Darm regenerieren, sanieren, kann man natürlich mit Fasten einleiten, das ist richtig, für die ersten paar Tage Fasten und nach sich gesund ernähren. Das ist eine gute Idee. Fasten ist nicht für die Gewichtsreduktion. Die ist nur dafür da, den Darm zu reinigen, den Organen mal eine gewisse Zeit lang eine Auszeit zu geben, damit sie sich regenerieren können, Darm zum Beispiel, Leber, Nieren und so weiter. Das sind ja die Organe, Milz, die in der Galle, die natürlich mit im Verstoffwechslungsprozess von Nährstoffen mit dabei sind, dass die mal eine gewisse Zeit lang eine Auszeit haben und sich regenerieren können. Fasten zum Einleiten, dann anfangen die Ernährung gesund umzustrukturieren, und dauert es ein paar Wochen, vier, sechs Wochen, dann habt ihr eine hervorragende Darmgesundheit. Und diese Darmgesundheit lässt sich hervorragend erhalten, indem wir weiterhin, so weit wie möglich, art- und bedarfsgerecht uns ernähren. Artgerecht habe ich erklärt, so nah wie möglich in der Natur. Ganz einfach, nochmal artgerecht, hier habe ich einen weißen Toast, hier habe ich eine Ähre mit Körnern dran, die auf dem Acker steht, dann gucke ich das an, gucke das an und sage, oh, der weiße Toast, verwandt? Ne, die sind nicht verwandt, die können nicht verwandt sein. Dann habe ich hier ein ganz dunkles Vollkornbrot und Pumpernickel zum Beispiel, ohne Konservierungsstoffe, ohne Zucker. Gucke das an, sehe die Körner, sehe hier die Ähre mit Körnern und sage, oh, ja, die könnten verwandt sein. Ich habe hier ein goldenes Stäbchen mit so einer Panade außenrum, das ich ins Fett schmeiße, und hier habe ich einen Fisch, gucke die an und sage, sind die verwandt? Hm, bin ich mir nicht sicher, ob die tatsächlich verwandt sind. Habe ich hier einen Fisch aus dem Wasser und habe ich hier ein Fischfilet, das ich auf der Haut grillen oder braten kann, sehe ich, die sind artverwandt. Das ist artverwandt. Bedarfsgerecht bedeutet, wir sollen uns immer Gedanken darüber machen, welche Nährstoffmenge brauchen wir denn tatsächlich? Wie viel Proteine, Fette und Kohlenhydrate, welche Art von Kohlenhydrate, welche Art von Protein und welche Art von Fette benötigen wir eigentlich? Das sollte man einmal wissen und dann hat man natürlich auch die Ernährung noch zusätzlich bedarfsgerecht strukturiert. Und wenn wir diese Maßnahmen ergreifen, artgerecht, bedarfsgerecht, Darm wieder voll funktionsfähig machen, dann kann ich euch eins sagen, Müdigkeit verschwindet. Die Leistungsfähigkeit, körperlich wie geistig, die geht extrem nach oben, denn auch unser Geist lebt natürlich von Energielieferanten, die von außen zugeführt werden, von Mikronährstoffen, die von außen zugeführt werden. Und umso gesünder das ist, was wir von außen zuführen, umso mehr Power haben wir, umso mehr Bums haben wir im Body und natürlich hier oben auch im Brain. So ihr Lieben, das war's. Aktueller Anlass war einfach, dass es im Moment wieder ganz viele Werbeanzeigen gibt, unter anderem auch von Fluencer, die natürlich eine sehr, sehr große Reichweite haben, die aber hier komplett Halbwahrheiten, ich würde mal sagen, nicht mal Halbwahrheiten, sondern vielleicht ist 25% Wahrheit daran, die restlichen 75% werden verschwiegen, denn wenn sie in ihrer Werbung erklären würden, was man tatsächlich dafür tun sollte, damit der Darm wieder gut funktioniert, damit der Bauch flach bleibt, dann lässt sich's nichts verkaufen, denn dafür gibt's kein Präparat, denn dafür gibt's nur eins, eine Entscheidung, die wir selber treffen müssen, uns gesund, atembedarfsgerecht zu ernähren. Somit wird das natürlich verschwiegen. Dann kann man ihnen nicht mal vorhalten, dass sie gelogen haben, sie haben einen ganz großen Anteil der Wahrheit weggelassen. Ist das vielleicht auch eine Lüge? So Freunde, abschließend noch ein paar Worte. Die Menschen, die das machen, die so eine große Reichweite haben, dürfen gerne, sehr gerne Geld verdienen. Das geht mir nicht darum, die dürfen Ferrari fahren, die können sich einen Flugzeugträger kaufen, das sind mir völlig Bums. Aber bitte, indem sie die Leute richtig aufklären, indem sie den Menschen auch erklären, wie es wirklich richtig funktioniert. Und wenn sie das tun, und dazu vielleicht ergänzend eine Nahrungsergänzung verkaufen, ist das noch irgendwo legitim. Aber alles andere ist so nicht korrekt. Und deswegen gibt es natürlich auch Mr. T., der hier auch ab und zu mal gerne Aufklärungsarbeit leistet. Und natürlich hofft, dass ihr da draußen euch in Zukunft auch ein bisschen mehr Gedanken macht und nicht einfach nur sagt, yes, wenn die das macht, die sieht sexy aus, die ist geil, die hat ein Millionen, Tausend, was weiß ich was, Follower, dann ist das alles richtig, dann muss ich das sofort kaufen. Das ist meine Arbeit. Und deswegen wünsche ich mir von euch, dass ihr mit diesem Thema oder mit diesen Themen etwas sensibler umgeht. So ihr Lieben da draußen. Ich wünsche euch bei allem, was ihr tut, vor allem beim gesunden Lifestyle, beim Investment in eure gesunde Zukunft, in eure einzige wahre Zukunft, die gesunde. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und wenn ihr sagt, ja, ich fand dieses Thema gut, das war schön, was er da gemacht hat, dann freue ich mich über einen Kommentar von euch. Natürlich auch über Anregungen und Kritik. Ist für mich überhaupt kein Problem. nehme ich gerne an, vor allem dann, wenn sie konstruktiv ist. Ich danke euch. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Bye, bye.